Wenn wir einen Raum betreten, in dem ein kleines Kind schläft, dann spüren wir etwas Heiliges. Das Kind erfüllt den ganzen Raum mit seiner Ausstrahlung. Und dieses Kind soll nun von Sünde befallen sein? Das kann uns nicht einleuchten. Und das braucht es auch nicht. Wie kann man nun also das mit der Erbssünde verstehen? Eine Menschenseele, die von Inkarnation zu Inkarnation geht, braucht eine ganz individuell gestaltete Leiblichkeit, um das zur Verwirklichung zu bringen, was sie sich für dieses Leben vorgenommen hat. Ihre unsterbliche Entität, das Ich, zieht sich bei der Wiederannäherung an die Erde aus der Ätherwelt ihre ganz eigene Ätherorganisation an. Man nennt das auch den Ätherleib oder den Lebensbildekräfteleib. Und auch aus der Astralwelt holt sie sich die notwendigen Elemente wieder ab, die zu ihr passen und die sie in einem neuen Erdenleben zum Ausdruck bringen will. Jetzt wäre es natürlich ideal, diese Menschenseele könnte in die physische Welt eintauchen und sich auch hier alles Notwendige zusammensuchen, was sie für die Ausgestaltung ihres Körpers braucht. Dann würde ihr physischer Körper perfekt zu ihr passen. Das geht aber leider bei den heutigen Erdenverhältnissen nicht mehr. Vor dem Sündenfall, vor der lemurischen Zeit, war dies noch möglich. Damals waren die Erdenverhältnisse noch nicht so fest wie heute. Aber seit der sogenannten Vertreibung aus dem Paradies, muss die Frau unter Schmerzenkinder gebären. Das war etwas völlig Neues. Vorher gab es keine physische Geburt in diesem Sinne. Jetzt muss der Mensch mit Hilfe seiner Eltern einen irdischen Leib ergreifen. Und so muss diese Menschenseele in den Erbstrom einer Familie eintauchen und diesen für die Ausbildung ihrer ganz individuellen Leiblichkeit nutzen. Und diese Leiblichkeit, die die Eltern ihr zur Verfügung stellen, stammt aus dem Erbstrom dieser speziellen Familie, die auch in ein Volk, in eine Kultur und in eine Sprache eingebettet ist. Und dieser Körper passt nicht hundertprozentig zu der Individualität, die ihn für ihre Inkarnation nutzt. Er muss im Laufe der Kindheit für diese Menschenseele passend gemacht werden. Rudolf Steiner spricht hier vom Modellleib, den die Eltern zur Verfügung stellen. Jetzt verstehen wir den Begriff Erbsünde. Bei den heutigen festgewordenen Erdengegebenheiten brauchen wir den Erbstrom für unsere Inkarnation. Und weil unser physischer Körper für uns nicht so ganz stimmig ist und uns nicht das perfekt passende Werkzeug für unser Erdenleben zur Verfügung stellen kann, deshalb wird das als eine Sünde bezeichnet, als eine Aufgabe, die mit dem Erbe zusammenhängt. Es ist eine Aufgabe und gleichzeitig auch eine Chance. Wie wir diesen physischen Leib zu unserem eigenen Umgestalten in der frühen Kindheit, das erzähle ich im nächsten Video. Vielen Dank. Vielen Dank.